Wipper Presents Und ja, deswegen Und das hier löschen wir mal Sechs, ich bin eigentlich mal viel weiter gekommen Ähm, wie gesagt Der ist etwas schwerer Und die Gegner wurden verändert Yay Und wir spielen auch nicht Mario Wir spielen einen Charakter namens Boon Ich muss zugeben, ich habe noch keine Informationen zu Boon gefunden Wer ist das? Egal, wir spielen ihn und mit ihm Und mit ihm kommen wir auch durch diese Welt hier durch Ähm Da dieser Hack ja Vip 4 heißt Ähm, gibt es wohl schon Gibt es wohl davor auch Gibt es wohl auch Vip 1, 2 und 3 Ich weiß nicht, ob ich die auch machen werde Ich muss mal schauen Das mal hier nochmal schauen Und das Beste ist natürlich Alles steht in Japanisch Und so gut kann ich natürlich auch diese Sprache Hust, hust Gehen wir mal in die erste Level Auf jeden Fall sehe ich da oben eine Fragezeichen Und eine Katze Sie beobachtet uns Boons Dart Und wir brauchen ein P-Block, oder? Ja, da sehe ich auch ein großes P Also brauchen wir erstmal ein P-Block Und ich will gern da rein So, da kommen wir erstmal drauf hier Ich finde es irgendwie cool, wie die hier diese Gegner verändert worden sind Obwohl ich mich echt frage, was das hier alles für Gegner sind Ach, verdammt an dieser Münze Da komme ich jetzt nicht mehr ran Das war unklug Und auch die Objekte sind verändert worden Anstatt ein Pilz Gibt es jetzt einen Apfel Heppa Bam Nimm das Und warum ist der Scheldurchen durchgegangen? Und es gibt auch keine Feuerblume Nein, es gibt hier diese Ich habe keine Ahnung, was das ist Diese kleinen Schriftrollen-Dingsis Ah Stirb Danke Und Ist das ein Bus? Ein Raupenbus Kann ich hier rein? Nein Hepp Und hepp Und hepp Diese Sprunganimation muss ich zugeben Finde ich voll cool Yay Yay Und hier ist ein P-Block Äh, P-Switch P-Block Ich komme nicht auf P-Block Und ich kann das hier nicht lesen Natürlich Vielleicht steht da so etwas wie Ungefähr so wie Herzlich willkommen zu meinem Neuen Hack oder so etwas Die Mensch Ach, Goddammit Ja, ja, ja Ja, war Verdammt Die drei Ach, egal Nein Verdammt Das stört mich jetzt Dass ich den nicht bekommen habe Egal Wir haben ein P-Switch Und den Bringen Den bringen wir jetzt auch Zu Ende Das ist nicht planmäßig verlaufen Muss ich zugeben Allerdings Doch noch Hat es irgendwie geklappt Ach komm Nehmen wir das hier auch noch mit Hepp Und hepp Zap Dam Mach mir den Weg frei Yay Und Zap Tap Danke, Yoshi Und Yoshi Es tut mir leid Tschüss So Da dieser Hack etwas schwerer ist Muss ich wohl auf meine Sternenpunkte achten 15 ist jetzt eigentlich nicht so viel Aber ich werde wohl öfters auf dieses Auf diese Bonuslevel zugreifen Obwohl ich die eigentlich ziemlich nervig finde Next Level Machen wir kurz Machen wir kurz So Nur einen kleinen Schnitt Und da sehe ich oben einen niedlichen Smiley Weil man sieht was uns hier erwartet Yoshi's Island Zumindesten kommt hier die Musik und die Sprites und Gedöns Und wir haben hier einen Yoshi Wieder mal Zap Ich weiß doch gar nicht Ob wir eine Geschichte haben Wie gesagt Ich kann kein Japanisch Und Yeah Komm Ist die Blume Ist die Blume Mampf Na komm Mampf Und bitte sehr Mampf Oh Hast du es nicht geschafft Eieieiei Komm Geh weg So Wah Du bist fies Und du bist gleich tot Stirb du nackter Chuck Und dich will ich haben Mampf Auch ein Leck das plötzlich Das ist untoll Das ist richtig unschön Moment mal Hoffentlich läuft das jetzt besser Auch ein Leck das manchmal Das ist Lecks sind nervig Lecks sind richtig unschön Und Und toll Und alles andere Ah Yoshi 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 Nein Nein Stirb Mann Yoshi Ja Mann jetzt springt die FPS Anzeige wieder Umher So Zack Und Münze Danke für die Münzen Vielen Dank Für die Münze Wah Wah Und Oh mein Gott Nein Katzen Katzen Ich mag wirklich gerne Katzen Aber diese Nein Lasst mich in Ruhe Das wird noch richtig Autsch Richtig Und Toll Nein Goddammit Ach goddammit Ich glaube nicht Das ist ein Ähm Gedöns Ein Doch Gut Puh Ah verdammt Keine Wip Keine Wip Keine Wipmonster Äh Wipmonster Ja klar Wipmünzen Mehr So Stierb doch einfach Lasst mich in Ruhe So und danke Und Ah Katzen 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 Nicht Katzen Böse Katzen sind Hier Sehr Böse Zapp So Oh ich mag diesen Drehsprung Ich mag ihn wirklich sehr gerne Na komm Die Münze brauche ich mir jetzt auch nicht mehr zu holen Zapp 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 Was haben wir hier? Ein Sternchen Kriegen wir so noch ein schönes Leben? Zap, 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 da geht, uah. Asta. Hep, stirb, stirb. Warum funktioniert das jetzt nicht mehr? Das ist sehr seltsam. Was steht hier? Irgendwas, was ich entziffern kann? Da steht eine 5. Heißt das, ich hätte vielleicht alle Bitcoins einsammeln müssen oder so? Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall, die Löffel ist auch geschafft. Und da haben wir ein Zweierausgang. Was? Man kann das an dem roten Punkt erkennen. Und ich kenne schon beide Ausgänge und der eine und der zweite, der ist böse. Und da steht on, also lassen wir es erstmal auf on. Tap, 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 tap. Und hier haben wir ein Blatt. Aber anstatt in den Waschbär uns zu verwandeln, haben wir wieder das Cape. Hier muss zugeben, das Cape finde ich auch cooler als den Waschbäranzug. Äh, ich meine den Waschbär-Dingsi, den Voranzug. So, und da. Waaah, ich möchte dich mitnehmen, Shell. Was zur Hölle? Warum stirbst du dort? Da! Na komm, bäm, 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 bäm. Und? So, so kommen wir gut durch, so komme ich gut durch. Tap, 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 tap. So. Zap. Zap. Da will ich durch, ruhig. Und da will ich auch hoch. Da will ich hoch, da will ich hoch. Das ist jetzt mein Ziel. So, danke. Stirb. Fall in die Lava. Yeah, noch eine Feder. Beziehungsweise Blatt. Könnte auch ein Samen-Sah. Ja, 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 ja. Ha, erledigt seid ihr. So, da will ich jetzt auch. So, geht doch. Tap, tap, tap. So. Ab zum Ende der Level. Yay. Tap. Ach, verdammt. Egal, ich hab ein Leben. Hey, das ist doch schon mal etwas. Ich hab ein neues Leben, das sieht gut aus. Damit hab ich jedenfalls die Chance, nicht Game Over zu gehen. Das nenne ich jetzt Vorteil. Das ist gut. Ja, kontinuern, safe. Und, weiter geht's. Und diesmal drücken wir auf, auf. Und. Yay. Ja, 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 ja. Ich sollte damit aufhören. Ich bin da drin noch nicht so geübt, wie ich eigentlich sollte. Und jetzt springt die FPS-Anzeige wieder rum. Mann. Böse FPS-Anzeige. Böse. Und da will ich jetzt gern rüber. Das wird jetzt ein großes Problem haben. Wir uns hier noch die Punkte. Und ich will rüber. Ja, 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 ja. Ah. Stirb. Ähm. Verdammt. Ja, verdammt, das ist untoll. Das ist nicht toll. Nein. Ach, verdammt. Legs. Mist. Dammit. Ah. So, jetzt aber. Off. Rein. Danke. Ach, wo war sie jetzt nochmal? Hier sie. Sehr gut. Tap, tap. Dich nehm ich mal mit. Tap. 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 Ach, komm. Die brauch ich jetzt nicht. Na, komm. Geh nach oben. Geh nach oben. Geh nach oben. Geh nach oben. Danke. Tap. 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 Yeah. Und komm. Krieg dich auch noch. Dich auch noch. Ah, verdammt. Dich jetzt aber nicht. Das geht doch nicht gut. Das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Ach, gaddammit. Das ist uncool. Ich krieg das noch hin. In diesem Part würde ich das noch hinkriegen. Off. Dritter Versuch. Na. Komm mit. So. Und so gehen die schönen Leben dahin. Das geht auch noch. Das geht auch noch. Danke. Hä? Ähm. Jetzt hab ich ein Problem. Jetzt hab ich ein Problem. Verdammt. Ach, gaddammit. Und nein. Ich will noch nicht auf Let's Plays zugreifen. Ich krieg das so hin. Danke. Off. Vierter Versuch. So. Ja, verdammt. Ich wollte mir zum einen die Feder holen. Und zum anderen wollte ich das nicht so machen. Tap. Ach, gaddammit. Egal. Ah. Ah. Diese Stelle ist fies. Pups. Ach, gaddammit. Ah. Ach, komm. Stirb. Jetzt durch diesen langen Weg dort. So geht das. Setze. Spirit. Spirit. Und ich bin drüben. Aber nochmal. Tap. 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 Und leben. Yay. So läuft das doch gut. Und dich brauche ich noch. Na, komm her. Sonst komme ich hier nicht lang. Den muss man jetzt einfach so abschießen. Und dann fliegt er weg. Mann. Komm her. Danke. Ach, da ist ja noch einer. Stimmt ja. Hepa. Hep. Tap. So. Jetzt kommt die schwere Version. Jetzt kommt noch eine schwere Extraversion. Äh, keine Ahnung, was da steht. Aber ich kenne die Gefahr. Und ich muss zugeben, ich hasse diese Säule. Ernsthaft. Diese Säule ist kacke. Passt auf, wenn ich jetzt hier durchgehe. Ich bin klein und habe keine Feder mehr. Und es lohnt sich auch nicht, die Feder da oben zu nehmen. Sondern bald kommt nochmal so ein komisches Teil. Und wir müssen jetzt versuchen, diesen verdammten Schlüssel bis zum Ende. zu transportieren. So. Und komm. Rüber. Ab. Tipp. Wow. Ich mag keine Einerblöcke. Ach. Münzen. 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 Münzen sind toll. Ach. Wie ihr seht hier. Und. Ich habe eh keine Feder mehr. Da oben. Tap. Tap. Hoch. So. Ach, hier hätte ich noch gar nicht hochgemisst. Ach komm. Help. Und die käme ich so unmöglich vorbei. Oder vielleicht auch nur mit einem Prozentsatz von 0,1% irgendwie. Tap. 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 Die schwerste Stelle kommt noch. Die schwere Stelle kommt noch. Deswegen hole ich mir hier noch ein Leben. Und activated. Noch einmal activated. Das ist gut so. Das läuft doch super. Und den Mond lasse ich jetzt mal da. Ich habe es geschafft. Ohne ein Leben zu verlieren. Sehr schön. Und hier kann ich mich jetzt nochmal aufrüsten. Da haben wir das. Da haben wir dieses. Und. Da haben wir ein Yoshi. Und. Wieder zwei Federn. Ah, Goddammit. Und jetzt noch da hoch. Und dann auch noch so. Hey, ich habe es geschafft. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ah, okay. Ne, aber für diese Level. Ne, die mache ich im nächsten Part. Die ist mir dafür jetzt doch. Für diesen Part noch zu heftig. Ich bin erstmal froh, dass ich diese guten. Dass ich diese Levels geschafft habe. Okay. Und somit sage ich bis zum nächsten Part von Super Mario World Tech. Wip vor. Bis. Dann. 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 Vielen Dank.